So Freunde, wir befinden uns in unserem neuen Kfz. Ich kann meine Haare noch nicht zeigen, leider wegen einem bestimmten Video. Nur Kustol ist hier am Start, Digga. Ich hab dir schon geleakt. Hast du das Auto schon geleakt? Nein. Deine Haare... Ja. Ich habe den Augen. So Freunde, wir sind in dem Moment der Möhrer. Ich bin bei euch auf Achtung. Ich bin bei euch bei uns, ich spreche ich auf Achtung und das Handschell. Ich bin bei euch mit dem Sägen wir uns in die Musik aufhalten. Das ist die Möhrer und die Möhrer. Heute gibt es einen Stream live auf Strike Basis, ihr könnt campen um 0.30 Uhr, beginnt der ganze Bums. Es tut mir leid, der Stream hat sich 15 Minuten verspätet, das ist alles nur wegen Abu Dhabi, weil du essen musst, der Scheiß-Fett-Sack, Digga. Stream ist gleich online. Alter Pietro, was passiert hier? Pietro, ich sehe an deiner Nase, wie du ihre Fischgerüche von da unten riechst. Was sind das für Zähne, Bro, ganz ehrlich, ich hätte dir schon gegönnt, aber sowas, sowas ist unter deiner Würde, ich bitte dich. Joach, Freunde, der Stream war richtig nice, richtig geil, es hat auch Spaß gemacht, mit euch zu zocken und so weiter. Ich küsse euer Herzen, jemand hat im Hintergrund Autismus. Jetzt werde ich mir eine Doku reinziehen und beten, dass freundlich entsperrt wird und ein bisschen wüchsen. Dankeschön, Leute, dass ihr am Start wart und Penis. 50 Minuten gefragt, Digga. Und was war die Antwort? Wissen wir noch nicht. Du hast es doch fast, zieh dich hoch. Der Bastard zieht sich nicht. Ich war gerade essen, als sein Ex-Freund mich anrief. Ha, Schwuchtel trainiert Beine. Ha, eine weitere Schwuchtel trainiert Beine. Du weißt, warum ich Beine trainiere? Ich habe die beste Aussicht. Oh, shit. Diese Story wird Folgen für sich mit sich tragen. Für dich, nicht für mich. Ich habe nichts angeschaut und ich wusste nichts davon. Ich habe nichts Folgen. Vielen Dank.